hey ho Leute willkommen zurück zu einem neuen Runde er mich mit dem Fahrt fort und mir hey und mir kann es so wie es vergisst sich nie könnte ich nicht nein und wird okay damit ja das Verstand im Leben worden oder müssen die Dinge in die Tee 990 ist mit die Tee 990 die 99 muss vorne stehen weil hier werden die auch automatisch kapiert ja ja immer mit der Ruhe ich wollte das mal anderswörtlich beschäftigt von wegen du warst schon mit mir los 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 damit wollte er weniger beschaut ist ein großen aber gut sind die drei Spieler sind im Moment recker ist getrunken ist auch wieder an echte Gegner und gucken ob wir überhaupt welche finden wenn er das spielkontaktiert sehr wenige spielen oko koko 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 das Blatt ich bin gut okay Prozent ich bin nicht gut gleich ach so ich glaube ich dachte ich bin ein bisschen müde versuch man allerdings ein Arscherspuppen ja dafür brauch ich wirklich um ich muss das wissen abbomben die eine du sollst dich platzieren gesagt okay ich nehme die andere Tastatur ist viel besser du hast zwei ja ich habe zwei eine Funktastatur und eine alte DDR Tastatur eine alte DDR Tastatur ja ich bin altmodisch ich weiß ja und die Funktastatur nehme ich eher die ist den besser zum Lenken und den bla 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 gut ich mache die Seeker kaputt ihr beide okay ich mache das mal Abflug uuua uuua ich werde mal gefolgt uuua die DINs level 2 okay jetzt mache ich das mal mit ihm ach jetzt kann ich auch nach unten schießen öffnen wir mal hier die Sieg kaputt zu machen ja ja mache ich keine Sorge das ist ja eigentlich eine gute Idee hier mit dem nach unten schießen ja echt los Ihnen ist die Energie ausgegangen gehen Sie zur nächsten Tankstelle und füllen Sie sich auf guten Tag noch am Arsch ich könnte mit der anderen er mich auch noch schießen auch wenn ich fünfmal keine Energie mehr hatte das nicht Diskriminierung okay du bist nicht da merk schon Longhong mehr hoch die Wurruhung wenn irgendwie was gewesen Katrin von Leute anschauen der Wurzeln Buchholzern aber ein besteller macht ja gut danke irgendwie schon praktisch so ein bisschen auch noch ein bisschen ich werde mich in kurz eilen ich habe keine energie kommt schieß drauf der geht auch ding alter dahinten sind doch noch gegner wie kannst du hier die phasis einnehmen lassen und ohne zu wissen dass sie noch gegenhand sind das geht's für mich sorry also look hatte da die habe ich nicht mehr sehen wo man nicht schäme mich schon okay ab zu den nächsten bästern die schon unseres ist okay wo sind denn hier noch da hier sind so viele halte ich nicht aus und jetzt habe ich schluck auf danke einigen nur noch so gut und ich brauche mal lecker und und malung ich komme mich gerade anders zumindest ein bisschen so richtig dann geht der hock hat mir zwar gerade Hilfe geleistet 6 6 Macke Bicke den Tüten Tüten jetzt wird ganz hoch kaufen sie sich besseres Internet ja nicht klar das nicht immer alle Bomben müssen wegen der schlechten das ist sicherlich die diskriminieren das ist extrem mobbing im Extremfall jetzt verpisst dich du du stehst jetzt ziemlich unpassend du was passiert wenn ich auf dem Boden Rechtsklick mache? ah, den Schießter noch mal weiter nee, den Schießter in die Luft doch geil ja, wenn er mal irgendwie den auch so machen würde wie er soll die haben nur einen Stützpunkt eingenommen die Gegner haben bestimmt schon mehr eingenommen, oder? die haben wir haben zwei wir haben den ganz linken und ganz rechten also was heißt denn ganz aber wir haben also da haben wir keine Sorge und in der Mitte bin ich auch gerade schon dabei ein bisschen am machen wir ja auch, sehe ich schon ähm dip 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 sorry, ich bin ein bisschen müde, kao ja, ja denkst du nicht? durchfring gepennt ich nicht hab nicht wirklich gepennt, ich hab's versucht aber nicht geschafft, komm, schießt, oh das ist einfach so lange zum Anladenbrauch also, weil ich sagen wollte, ich hab jetzt auch den leckeren Kuchen äh, dieses Spieler hat einen leckeren Kuchen verbrechen, äh, für der, egal ähm, Longhong, genau Horn oh scheiß, warum hab ich diesen Patcher, genau ich hab zwei falsche Sachen gebaut, aber was jetzt Patcher, könntest du so einen Patcher gebrauchen? ja, den kannst du hier mit an die Front bringen den hab ich aus Versehen gebaut, den kannst du bestimmt gut gebrauchen sicherlich kann ich den gut gebrauchen ähm, Flecker noch äh, was schon? ein Flecker ach so, ja, kannst du mit an die Front bring mit an die Front kann alles gebrauchen an der Front ich könnte auch Menschen gebrauchen, fällt mir auf ihnen ist die Energie ausgegangen, gehen sie bitte zur nächsten Tankstelle am Arsch sie brauchen Steaker ja, davon könnte man vielleicht auch ein paar gebrauchen, aber hey, ich finde es irgendwie mit 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 tausend Longhongs viel besser als muss man hier den Eingang, dass man schützt ja, aber der Eingang nicht beschützt, indem du mir alle einhalten weglaust, ja die ich gerade platziere gut, na ich dachte, ich hab mitgenommen jetzt noch bisschen ich bin jetzt die Energie ausgegangen Mann das ist ja extrem mit der Energieproblem da gut, nee, will ich nicht äh mir führt auf, ich hab grad nicht so ein Flatterding mehr um mich gut, kann ich das jetzt? Nein Können wir jetzt endlich mal das scheiß Gebäude da in der Mitte einnehmen? Irgendwie das ist einer der meisten centrale Teil, das ist eh immer bisschen gefragt weißt du, so ein ganzer 4 Euro drum geht die ganze Zeit vollfett daneben vorbei? ach, nee, ich hab den 50.000 ich könnte mal vielleicht was bauen, aber geht rein, meine Freunde, geht rein danke, meine Freunde danke willst du noch Sieger? äh, ein Longhongs verpiss dich, Lexi so gut, den können wir dann schon mal mehr in der Mitte Sieger, Siegerzauber bauen wir noch ein paar Sieger? ja, kann man machen, gerne doch ja, ich meine, guck doch mal die Gegner an, die sind ja ein bisschen nervig ein bisschen ja, deswegen ja gut, den gucken wir mal euch hier schon alles dich manchmal ganz schnell kaputt du hast keine Chance haben zu überlegen du auch nicht die haben generell keine Chance, wenn wir die ganze Zeit Seekers entsetzen ähm, nein das stimmt wo, wollen wir noch wollen wir irgendwo jetzt angreifen, oder? nein, wir lassen erstmal ein bisschen Geld sammeln und Armeen wollen auch geil dann haben wir schon dann machen wir richtig dann Alter, hier hinten ist ein freier Stützpunkt, der einfach gar nichts hat, auch mit kaputte T99 und zwei Gegner deine scheiß Gegner abzuholt gut aber ich bin immer noch nicht Level dies, was ich haben möchte ich habe vielleicht wieder alleine in der Basis eingenommen, wenn ich nicht gut nee das ist schlecht mh, du hattest gerade hohen Ping ja, das passiert nicht schon jetzt bin ich aber alle Wissi und ich greife den Gegner von hinten an und ich hoffe auch, ich kann dem Gegner so blöd machen äh, ich schicke schon mal Goliath in die Leitung genau ach, ich habe wieder Energie gesammelt wo ich die Energie jetzt ja geschnappt ach, bestimmt durchs Aufsteigen, ja so schnell könnt ihr gar nicht nachrüsten gut, ich habe jetzt eine selbstständige Basis gebaut was ist denn eine selbstständige Basis? die sich selbst repariert mit ähm einem Repair Board und was weiß ich ja, die wird doch nicht so angeht, doch gut ach so, was meinst du, ok, ist ja kein Problem ich würde jetzt auch gerade was machen, aber nein, ich ne, ich mach das ich mach das schon das mal riesen Sperrfeuerbau und wieder mit Seeker äh, Lecks sehr viele Lecks ist gut Leute, ist gut ok, ich will weg da bekommt man durch so'n scheiß Lecks schon einen Halbtot, irgendwie Halbtot? ist auch nicht unbedingt sehr intelligent, sowas zu sagen ach, jetzt lebt sie jetzt kriegen wir aber wenig Unterhalt, scheiße jetzt haben wir Unterhaltsprobleme ja, wir haben beide Unterprobleme sollen wir den nur zahlen? oh, wenn ich das müsste wir müssen wieder ein bisschen was zerstören, sonst dann geht er wieder hoch ja, einfach zerstören, das stimmt, in Ordnung ja, einfach zerstören, das stimmt, in Ordnung oder man macht es einfach man schickt eine ganze Auge los bisschen übertreiben ich meine, ja, man kann ja gleich zur Hauptphase schreiten, ne man kommt sicherlich durch die ganze Welle durch das ist eine ganze Patches alleine natürlich der Goliath schiebt mich, füllen die Menge rein ach, ich hab' keine Energie, merk' schon hab' schon gemerkt, keine Sorge ok, Energie aufgeladen aber jetzt nicht ohne mich alles kaputt machen das würde mir gar nicht gefallen so, jetzt geh' kaputt, du scheiß Patcher ich hab' eh keine Energie dafür oder gleich das ganze Hauptgebäude, das gefällt mir nochmal ich bin auch noch was dafür, was du sprich ne, Alter ne, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben Goliath Goliath ach man macht die Basecut alleine Blatt, ich mach' grad grad die Besserung blattdraining noch gar nicht so etwas, dass wir das sind an der Welt, wo neil, nicht wird getötet ich habe die Basecut vor äh, 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 äh leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich da auch hoch oh mein Gott 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 ja komm repare mich jetzt gleich die andere bases kaputt machen basis ja wo es hier noch ist hier ach so das waren kleine popel dinge einhalten die laufen gerade zum tode ach hier ist es was lebst du noch gut man muss ja nur fragen nicht dass du tot bist hier sind wir denn jetzt sterben ich meine jetzt ist die reelev tot bist ihnen ist die energie ausgegangen warum ist sie jetzt noch nötig ich meine ich habe gewonnen und ein gewinner den den bomb man nicht mit irgendwelchen energie nachrichten voll ist ja unmenschlich ach hier sind auch meine freunde ich bitte sie zum eingang keine ahnung ganz links zu kommen welchen eingang ganz links ach eingang hat sie schon erledigt ich meine ich habe die schon alleine bleu gemacht bis vorbeigeflogen aber egal gut ähm ansonsten würde ich sagen das war's mir mit der runde wir sehen uns dann beim nächsten mal oder jo jo dann tschau